Ja, und damit herzlich willkommen zur Folge 15 von BASED und ich darf wie jede Woche natürlich meinen Kollegen Benni heute wieder begrüßen. Hi! Ja, schön, dass ich auch wieder dabei bin. Das ist in der Tat schön und außerdem haben wir heute auch einen Gast wieder dabei, nämlich Birgit Kelle, die freie Journalistin ist, schreibt zurzeit viel für die Weltwoche, außerdem auch für NZZ, Fokus und so weiter und ist Autorin mehrerer Bestseller, unter anderem nämlich Noch normal, das lässt sich gendern. Und da hört man schon raus, was für Themen Frau Kelle behandelt, nämlich geht es viel um Feminismus, um Transmenschen und so weiter. Hallo Frau Kelle. Ja, hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, vielleicht zum Einstieg so ein kleiner Gesinnungstest, was ist denn überhaupt eine Frau, Birgit Kelle? Ich zum Beispiel. Es ist ganz einfach zu erklären. Ein weiblicher, biologisch weiblicher Mensch, erwachsener Mensch ist eine Frau. Das lässt sich wissenschaftlich relativ klar definieren, zumindest wenn man die richtigen Wissenschaftler ranlässt. Aber normalerweise, wenn Sie alleine die Weltbevölkerung fragen, ich glaube, von 99,99 Prozent der Weltbevölkerung würden Sie auch eine sehr klare Antwort bekommen, was eine Frau und was ein Mann ist. Und der Rest wird von Soziologen diskutiert. Ja, genau. Sie haben sich ja auch in mehreren Büchern auch mit diesem Thema in Ihrer journalistischen Tätigkeit befasst. Natürlich übergreifend Gender- und Familienpolitik. Dem Thema haben Sie sich so ein bisschen verschrieben. Vielleicht da auch interessant, was war denn überhaupt der Auslöser, nachdem Sie das Gefühl hatten, dass dort Ihre Perspektive jetzt auch benötigt wird? Ich bin in diesem Themenkomplex eigentlich schon seit über 15 Jahren unterwegs. Angefangen habe ich als Autorin darüber zu schreiben, aus der sehr persönlichen Erfahrung heraus, dass ich als junge Mutter festgestellt habe, Ich finde nicht statt. Ich finde nicht statt in der Politik und ich finde auch nicht statt in der feministischen Bewegung. Das heißt, ich war konfrontiert aus dieser Rolle einer selbstgewählten jungen Mutter, die aber in das Lager der Hausfrauen gewechselt ist für einige Jahre, dass mich zwar alle aus diesem Leben retten wollten, aber niemand Politik machen wollte, damit ich in diesem Leben bleiben kann, dass ich doch notfrei gewählt hatte. Und das gab mir das erste Mal in meinem Leben auch als Frau tatsächlich zu denken, weil ich mich vorher ehrlich gesagt mit feministischen Themen in meinem ganzen Leben überhaupt nicht beschäftigt hatte, weil es mir auch gar keine Notwendigkeit war. Aber hier dieses Erleben, dass die feministische Bewegung ein massives Problem hat mit meiner Mutterschaft und noch viel mehr mit meiner Wahl, eben nicht berufstätig sein zu wollen um jeden Preis, sondern erst einmal meinem Kind die Priorität zu geben, ist im feministischen Plan nicht vorgesehen und in der Politik übrigens auch nicht. Das heißt, auch alle politischen Programme, die sich zur Frauenförderung oder die sich zur Familienpolitik bekennen, sind gerade dabei, die Frau von ihren Kindern zu befreien und die Frau auf dem Arbeitsmarkt zu emanzipieren. Keiner möchte die Frau zu Hause emanzipieren oder es interessiert auch gar nicht, ob die Frau eigentlich gerne einen anderen Lebensweg haben will. Und das sind einfach die Problemfelder, die für mich das erste Mal erst sichtbar wurden, auch als ich selbst in dieser Situation war und seither schreibe und analysiere ich eben aus dieser Perspektive das Geschehen und habe eben so auch festgestellt, dass der klassische Feminismus jedenfalls nicht auf meiner Seite ist. Genau darüber wollen wir später noch ein bisschen mehr sprechen, aber vorerst etwas Aktuelles, nämlich das Selbstbestimmungsgesetz, quasi Politik, die ja aus einer anderen feministischen Sicht als die, die Sie haben, doch tatsächlich gemacht wird. Und nun sagen Befürworter des Gesetzes, dass das Gesetz ja eine liberale Handschrift hat und Minderheiten bekommen jetzt die Möglichkeit, sich dadurch frei zu entfalten. Sie sehen das wahrscheinlich ein bisschen anders und sind auch eine große Kritikerin des Gesetzes. Woran liegt das? Woran stören Sie sich? Grundsätzlich störe ich mich daran, dass wir das erste Mal ein Gesetz schaffen wollen in Deutschland, das die Lüge amtlich macht und das die Wahrheit verbieten soll. Also, dass wir ein Gesetz schaffen, das sich nicht mehr an objektiven Faktenlagen orientieren will, sondern an gefühlten, subjektiven Selbsterkenntnissen von Menschen. Das macht es an sich schon einmal ziemlich schwierig, weil wir wissen alle, dass Gefühle eine flüchtige Angelegenheit sind, die sich auch verändern können. Und ein Gesetz, das quasi basiert oder das definiert, dass alles Gesetz sein soll, was ein einzelner Mensch fühlt und dass der Rest der Welt akzeptieren muss, diese subjektive Gefühlslage, halte ich an sich einfach für ein schwieriges Vorhaben auch juristisch. Jeder normale Jurist wird das bestätigen. Also, wir brauchen in der Juristerei objektive Tatbestände. Wir brauchen Sachlagen, die man objektiv ohne Gefühle quasi nüchtern, das ist eine Kritik auch oft an Gesetzen, dass sie eben die individuelle Lage so wenig irgendwie berücksichtigen. Aber man muss ja versuchen, irgendwie objektive Gesetze zu machen. Hier machen wir jetzt ein Gesetz, wo jemand, wo Menschen das Recht bekommen, ein Geschlecht, und das sage ich in Anführungsstrichen, zu definieren, dass sie selbst frei erfunden haben und das durch objektive Fakten nicht belegt werden kann. Und das halte ich einfach für ein grundsätzliches Problem. Zweitens halte ich es für ein Problem, weil es vor allen Dingen in meinen Augen einen Angriff darstellt, vor allen Dingen auf Frauenrechte und auch eine Gefahr für Kinder darstellt, weil es nämlich auch Kindern viel zu früh die Handhabe in die Hand gibt. Nämlich es soll ja ab 14 auch für Kinder sogar möglich sein, im Zweifel sogar gegen den Willen ihrer Eltern, ihr Geschlecht zu wechseln. Das heißt nicht nur, dass wir ein riesiges juristisches Chaos schaffen mit diesem Gesetz, wie es geplant ist. Man kann ja auch nach jedem Jahr noch einmal sein Geschlecht wieder wechseln und wieder wechseln und so weiter. Wir erlauben es jetzt dann aber, nachdem wir 100 Jahre dafür gekämpft haben, dass Frauen selbstbestimmt und auch in geschützten Räumen sich aufhalten können, würden wir durch dieses Gesetz erlauben, dass Männer sich einfach mit einer einfachen Aussage zu einer Frau erklären und damit in hart umkämpfte und auch selbstverständliche Frauendomänen einbrechen, also von geschützten Frauenräumen, aber bis hin auch zu Frauenquotenplätzen oder eben auch im Frauensport. Es ist der Untergang des Profisports für Frauen, wenn man so etwas einmal zulässt. Und wir sehen weltweit schon, wohin das führt. Andere Länder haben uns das schon vorgemacht. Und anstatt, dass das eine Warnung ist in Deutschland, wollen wir erst einmal alle Fehler wiederholen. Wir schmeißen also die Kinder erst einmal alle schön in den Brunnen, damit wir sie dann in zehn Jahren wieder rausholen. Da waren ja jetzt mehrere Aspekte drin. Viele würden, glaube ich, auch einzelne Aspekte dort kritisieren. Und wir gehen auch gleich nochmal auf die einzelnen Sachen ein. Aber Sie hatten ja jetzt natürlich viel daran auszusetzen. Und bevor wir Sie genau fragen, was Sie denn ändern würden an dem Entwurf, ich frage mal ganz provokativ, wollen Sie diesen Menschen überhaupt die Möglichkeit geben, dass sie ihr Geschlecht in Anführungsstrichen ändern können? Das haben Sie doch jetzt längst. Also das ist ja eine fiktive Frage. Es existiert ein Gesetz in Deutschland, das transsexuelle Gesetz, mit dem Sie Ihr Geschlecht bereits ändern können. Das heißt, wir brauchen so etwas nicht einführen. Wir haben so ein Gesetz bereits. Das, was jetzt geplant wird, ist eine sogenannte Vereinfachung. Also das, was jetzt im Moment die Regierung möchte, ist, dass es eben eine völlig hürdenfreie und auch vor allen Dingen ein Geschlechterwechsel wird, der therapeutisch nicht mehr begleitet werden muss und der auch nicht mehr begründet werden muss. Wo selbst Transpersonen, die selber diesen Geschlechterwechsel hinter sich gebracht haben, sagen, das ist nicht gut. Gerade weil sie wissen, was das für eine Entscheidung ist und wie weitreichend sie ist und vor allen Dingen auch welche gesundheitlichen Folgen das Ganze hat. Das ist ja nicht ohne alles. Das heißt, ich bin überhaupt nicht dagegen. Im Gegenteil, es gibt dieses Gesetz längst. Dieses Gesetz ist so austariert eben, dass es aber auch schützen soll vor unüberlegten und vorschnellen Entscheidungen und dass es vor allen Dingen Kinder und Jugendliche davor schützen soll. Und das halte ich für richtig. Ich sehe schlicht keinen Handlungsbedarf für so ein Gesetz. Der Gesetzentwurf ist ja von der aktuellen Regierung mittlerweile durch das Kabinett gegangen und ich glaube, das Argument der Regierung wäre jetzt, dem zu entgegnen, mit, ja, das transsexuellen Gesetz aus den, wann war es, 80ern, glaube ich, ist in gewisser Weise diskriminieren. Können Sie dieses Argument nachvollziehen? Beziehungsweise glauben Sie, grundsätzlich wäre eine Reform des transsexuellen Gesetzes nötig anstatt eines neuen Selbstbestimmungsgesetzes? Was ist denn das für ein Argument? Unser Grundgesetz ist 70 Jahre alt. Ist es deswegen überholungsbedürftig? Also ist jetzt ein Gesetz quasi Altern-Gesetze? Früher hat man das ja Tradition. Also es kann auch von Vorteil sein, wenn man an Alt hergebrachte, vor allen Dingen, wenn das Neue ein Risiko ist und unabprobt ist, stelle ich immer die Frage, warum etwas Bewährtes verändern, wenn das Risiko hoch ist und der Ausgang ungewiss. Insofern ist für mich die Frage, die Sache, das ist aus den 80ern, ist für mich überhaupt gar kein Argument und ist auch überhaupt kein juristisches Argument, weil, wie gesagt, damit müssten Sie wahrscheinlich die Verfassung aller Länder weltweit in die Tonne werfen. Mit dem Argument ist schon so alt. Mein Argument war auch nicht, dass es zu alt ist, sondern dass die Regierung aktuell wahrscheinlich sagen würde, Transsexuelle empfinden das transsexuellen Gesetz als diskriminierend. Das war nur der... Ich empfinde auch viele Gesetze als diskriminierend. Deswegen habe ich keinen Anspruch darauf, dass sie verändert werden. Ich kämpfe auch an vielen Fronten, gerade im Frauen- und Familienbereich, für Gesetzesänderungen. Ich halte zum Beispiel unser Rentensystem auch für völlig überaltet, weil sich tatsächlich die Faktenlage geändert hat im Vergleich von vor 60 Jahren, wo noch jeder Kinder kriegte und heute bekommt ein Drittel keine Kinder mehr, was unser Rentensystem im Moment völlig aus den Fugen laufen lässt, weil die Voraussetzungen sich verändert haben. Also wenn... Ja, Gesetze kann man selbstverständlich jederzeit ändern. Deswegen haben wir im Übrigen selbst für unsere Verfassung ja auch eine Möglichkeit, selbst die Verfassung zu verändern, aber nur mit einer Zweidrittelmehrheit, weil man sagt, das soll gut überlegt sein, ob wir wirklich Dinge anfassen. Und es müssen sich eindeutig, es müssen sich Faktenlagen verändern. Und für mich jedenfalls, ich sehe keine Veränderung in der Faktenlage, weil, wie gesagt, Geschlecht sich nach wie vor biologisch definiert. Die Gefahrenlage und auch die gesundheitlichen Risiken, die das alles mit sich bringt und auch die juristischen Risiken, die es mit sich bringt, sind sehr hoch. Und deswegen gibt, nicht nur ich spreche ja dagegen, also wenn von allen Frauenverbänden, von ganz links bis politisch ganz rechts, es einen Aufschrei gibt, wenn selbst die Polizeiverbände sagen, das geht alles gar nicht, weil es selbst die Strafverfolgung von Straftätern behindert, wenn ihr dieses Gesetz macht, wenn selbst die Fachleute, Fachleute, also diejenigen, die mit Menschen arbeiten therapeutisch, genau in diesem Komplex, gerade auch die, die mit Kindern arbeiten, davor warnen und sagen, das ist eine Gefahr, das sollte so nicht sein. Dann denke ich, wäre es an der Zeit, dass eine Regierung mal zuhört und anstatt auf eine Handvoll Lobbyisten zu hören, die das gerne hätten, vielleicht tatsächlich die Fachleute mal ranlässt. Und Fachmann ist nicht derjenige, der betroffen ist, der ist befangen. Das heißt, mit anderen Worten, Sie würden das alte Gesetz, bei dem es ja bisher so ist, dass mit zwei psychologischen Gutachten eine Gender-Dysphorie festgestellt werden muss, dem würden Sie soweit zustimmen und sagen, das kann gerne weiter so bleiben, wir brauchen nur kein neues. Oder würden Sie das alte auch ablehnen? Nein, ich lehne das alte nicht ab. Ich habe übrigens auch persönlich schon diversen Austausch gehabt mit verschiedenen Transfrauen. Interessanterweise hat noch nie ein Transmann Kontakt zu mir aufgenommen. Aber verschiedene Transfrauen, die im Übrigen mir alle zugestimmt haben, gerade eben, also die mir ihre Lebensgeschichten erzählt haben und die mir aber auch von den Schwierigkeiten, die eben auch sagen, Sie sehen das ehrlich gesagt mit großer Nervosität, was im Moment gerade läuft. Und Sie haben auch nicht das Gefühl, dass für Sie gekämpft wird. Die alle sagen, das macht hier keiner für mich. Wir brauchen das alles gar nicht. Und die alle das tatsächlich eher mit Sorge betrachten, dass hier eine doch recht aggressive Lobby unterwegs ist, die alle möglichen Rechte jetzt plötzlich einklagt. Und das nicht nur für sich selbst, sondern vor allen Dingen auch für Kinder. Und dass sehr viele Betroffene das selbst auch sehr, sehr kritisch sehen. Diese sich aber oft, auch das eine Erfahrung, selbst nicht zu Wort melden im Diskurs, weil sie gar nicht ins Kreuzfeuer geraten wollen und weil sie wissen, dass ihre eigene Lobby in solchen Fällen übrigens erbarmungslos ist und ihre eigenen Leute angreift. Also man ist ja schneller draußen aus der eigenen Lobby, als man gucken kann, wenn man es wagt, eine Forderung der eigenen Leute zurückzuweisen und zu sagen, ihr geht hier zu weit. Also haben wir leider immer das Phänomen eben, dass viele nicht öffentlich dagegen sprechen, obwohl sie betroffen sind und obwohl sie dagegen sind. Wir haben jetzt mehrmals das Stichwort Kinderschutz gehört. Können Sie vielleicht mal ganz kurz konkret benennen, in welcher Art und Weise dieses neue Selbstbestimmungsgesetz eine Gefahr für Kinder sein kann? Oh, es ist sogar in zweierlei Hinsicht eine Gefahr. Also die einen sagen, es ist eine Gefahr, weil Kinder ab 14 im Zweifel sogar ohne die Erlaubnis ihrer Eltern ihr Geschlecht wechseln können. Und das ist eine echte Gefahr, weil es treibt zum einen auch einen Keil in die Familie. Es bedroht das Sorgerecht von Eltern ganz konkret, weil in einer politischen Grundstimmung, in der von Eltern eingefordert wird, dass sie die Selbstbestimmung, die sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung ihres Kindes gefälligst anzuerkennen haben, laufen Eltern auch heute schon Gefahr. Es gibt diese Erfahrungsberichte bereits von Eltern, die das durchhaben. dass ihre Kinder aus den Familien in die Obhut des Jugendamtes kommen und sie überhaupt nichts mehr zu melden haben. Das heißt, sie können auch ihr Kind nicht mehr davor bewahren, möglicherweise einen Fehler zu tun. Und die Berichte weltweit sollten uns alle sehr zu denken geben. Und es gibt ja inzwischen ganze Organisationen von sogenannten De-Transitioners. Wir haben weltweit, vor allen Dingen junge Mädchen, die jetzt anfangen, Gott sei Dank auch ihre Ärzte und die Kliniken zu verklagen. Erfolgreich. Weil sie sagen, weil es so einfach war, bin ich quasi innerhalb kürzester Zeit diagnostiziert worden. Ich habe heute erst einen Bericht gesehen von einer 15-Jährigen aus den USA, die mit 15 ihre Brüste hat abnehmen lassen. Das heißt, Kinder, die noch nicht juristisch voll anerkannt sind, die noch keinen Führerschein haben, sie dürfen keinen Alkohol trinken und sich nicht mal ein Tattoo stechen lassen. Aber wir lassen sie ihre Brüste abnehmen lassen. Wir lassen ihre Brüste amputieren oder ihren Penis amputieren. Ja, sind wir denen wahnsinnig. Das heißt, es ist eine große Gefahr, dass Kinder eben erstens mal den Schutz ihrer Eltern verlieren, weil das System die Kinder schützt, und zwar im Zweifel auch gegen ihre Eltern. Und dass das irreversible Schäden sind. Wir können das nicht wegdiskutieren. Man kann auch nicht mehr zurückkehren. Übrigens auch bei Pubertätsblockern. Also wenn man sagt, okay, na ja, aber es ist ja nicht gleich eine OP, sondern es sind erst mal nur Pubertätsblocker. Doch, auch Pubertätsblocker haben irreversible Schäden, die sie verursachen. Man friert quasi die Pubertät ein. Man kann sie aber nicht wieder auftauen, um es mal bildlich zu besprechen. Das heißt, die Entwicklung, die ein Kind nicht macht in der normalen Teenagerzeit, holt es nicht nach. Es bleibt mit diesem Körper. Es bleibt übrigens auch mit den gesamten Nebenwirkungen dieser Pubertätsblocker, die echte Hormonbomben sind. Ja, also da diskutieren wir auf der einen Seite Hormone im Schweinefleisch in minimalen Dosen oder die Frage, ob die Antibabypille für die Frau nicht zu viele Hormone auf einmal sind. Und gleichzeitig sind Leute bereit, den Kindern eine Hormonbombe zu verabreichen. Kinder. Das ist für mich Körperverletzung. So. Es gibt aber auch eine zweite Gefahr, nämlich, dass Eltern tatsächlich bis zum Alter von 14 abweichend der Sachlage das Geschlecht ihres Kindes bestimmen dürfen. Wenn sie dieses Gesetz machen, haben sie auch die umgekehrte Version. Also wir werden die irren Eltern haben und auch dafür gibt es inzwischen Beispiele weltweit, wo Eltern quasi ihr Kind als geschlechtsneutral großziehen oder ihrem Kind ein neues Geschlecht andichten und diese Kinder quasi gar nicht in ihrem biologischen Geschlecht groß werden dürfen, weil sie gestörte Eltern haben. Die glauben, sie hätten hier ein ganz besonderes Kind und mein Kind ist trans und mein Kind ist gar kein Mädchen, sondern es war schon immer ein Junge und so weiter. Das heißt, wir geben sogar auch den Eltern und wir geben auch den gestörten Eltern ein Recht in die Hand, abseits der biologischen Faktenlage, das Geschlecht ihres Kindes zu verändern und zwar auch gegen den Willen des Kindes. Das ist so absurd, das Ganze. Es hat so viele, dieses ganze Gesetz hat so viele Fehler, hat so viele juristische Problematiken, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Aber vor allen Dingen werden Kinder zum Spielball. Sie können einerseits zum Spielball ihrer Eltern werden, aber gleichzeitig geraten sie eben auch in die Fänge eigentlich von Lobbygruppen, die staatlich unterstützt werden und die im Zweifel ihre Eltern gegen sie aufbringen. Und das halte ich wirklich für etwas, wo ich sage, das kann nicht sein, dass ein Staat das Erziehungsrecht der Eltern infrage stellt und hier massive gesundheitliche Entscheidungen der Kinder in die Hand nimmt und die Eltern ausbotet. Das darf nicht sein in einem freien Land. Eine Frage, die mich noch sehr beschäftigt, wo ich mit Dominik gestern Abend auch darüber geredet habe, ist das Thema, also deswegen habe ich auch die Frage mit Absicht als erste Frage in dieser Folge gestellt, Was ist eine Frau, weil die Seite gegenüber würde sagen, eine Frau ist, wer sich als Frau identifiziert. Und da kommen wir jetzt zum spannenden und drehenden Punkt. Parallel dazu passiert aber durch die von Ihnen angesprochenen geschlechtsangleichenden Operationen genau ja, dass man dennoch die primären Geschlechtsorgane am liebsten haben möchte. Wie passt das zusammen? Wie können Sie sich das erklären, dass einerseits sich auf die Merkmale einer Frau bezogen wird, aber andererseits man nicht definieren kann, was eine Frau ist? Ja, ich habe ein ganzes Buch geschrieben über die Paradoxien dieser Theorie. Insofern verlangen Sie bitte nicht von mir, dass ich diese Paradoxie auflöse. Man kann sie tatsächlich nur benennen. Man kann das auch an anderen Beispielen festmachen. Also wenn ich mir so manche Transfrau in Anführungsstrichen anschaue, in ihrer Optik mit aufgepumpten Brüsten, im Minirock und in Highheels und überschminkt, dann sehen diese Transfrauen, also diese Männer in Frauenkleidern, die beanspruchen, Frau zu sein, aus wie das schlimmste Klischee von einer Schlampe. Also anders kann man es gar nicht nennen. Das ist alles andere als weiblich, sondern hier werden eigentlich Frauenklischees vorangetrieben. und je nachdem, ob man es gerade gebrauchen kann, werden biologische Aspekte wieder nach vorne geholt oder nach hinten. Aber das ist etwas, was man in dieser gesamten Gender-Theorie ständig wiederfindet. Also bis dahin zu der Argumentation bei den Frauenquoten. Also einerseits ist dieselbe Bewegung, die behauptet, es gäbe keinen Unterschied zwischen Mann und Frau und alles sei nur identifiziert, sagt, wir brauchen Geschlechterquoten für Frauen, weil Frauen ja anders sind, weil sie eben biologisch anders sind als Männer. Das ist ja paradox. Man muss sich ja auch irgendwie, man muss sich ja mal festlegen. Ich glaube, dass diese Festlegung bereits da ist. Es gibt einen biologischen Unterschied und der unterscheidet Männer und Frauen. Das kann man nun beweinen oder man kann es gestalten. Und ich bin für das Gestalten, weil wir können das Ganze nicht verändern. Das heißt, wenn wir sagen, es gibt Dinge, die können Frauen besser, dann lasst uns diese Vorteile ausbauen. Es gibt aber auch Dinge, die können Männer besser. Und überall dort, wo wir versuchen, diesen Unterschied gleich zu machen, werden wir eigentlich niemandem gerecht, weder der Frau noch dem Mann. Wie sollen wir denn Ihrer Meinung nach den Menschen, die sich, oder beispielsweise Männern, die sich als Frauen sehen, wie sollen wir die denn bezeichnen? Weil von Frauen können wir ja offensichtlich nicht sprechen. Sollen wir von Transfrauen sprechen? Sollen wir von Transmenschen sprechen? Oder sollen wir einfach sagen, das sind Männer? Für mich käme das ehrlich gesagt tatsächlich auch auf den juristischen Status an und auf der Frage auch, wie mir jemand begegnet. Für mich ist das ehrlich gesagt nichts, was man mit der Pistole auf der Brust von jemandem einfordern kann. Also ich weigere mich grundsätzlich so zu tun, als sei jemand eine normale Frau und nicht eine Transfrau. Also zumindest muss man benennen dürfen, dass es eine Transfrau ist. Damit ist schon implizit, dass es eigentlich ein biologischer Mann ist, aber dass das jemand ist, der gerne als Frau leben wird. Das kann ich auch akzeptieren. Und ich finde, diesen Respekt schulden wir diesen Leuten, auch wenn das eine ernsthafte Entscheidung ist. Ich verlage diesen Respekt allerdings auch allen anderen Menschen gegenüber von diesen Transpersonen. Was nicht sein kann, ist, dass wir quasi niedergebrüllt werden, beschimpft werden oder tatsächlich so. Zuletzt habe ich eine Morddrohung bekommen, die ich sogar als eine Strafanzeige gemacht habe, weil man mir gedroht hat, dass man mich langsam ausbluten lassen möchte, am liebsten, wenn ich noch einmal wage, irgendwie über das Thema Transpolitik zu schreiben. Das kann, solche Dinge, das kann einfach nicht sein. Ja, das ist nicht, das ist kein Diskurs in einer freien Gesellschaft. Gleichzeitig denke ich auch, dass wir tatsächlich neue Gesetze brauchen für verschiedene Lebensbereiche, eben um tatsächlich auch diesen Transmenschen gerecht zu werden. Wenn wir ein Gesetz haben, und das haben wir, dass es Menschen ermöglicht, ihr Geschlecht zu wechseln, dann müssen wir auch die Konsequenzen bedenken und müssen auch die Lebenslagen bedenken, in die dann so ein Mensch gerät. Und dann müssen wir das überall auch bedenken. Also sagen wir mal, egal, ob es um den Frauensport geht oder ob es um Frauenhäuser geht und so weiter, es braucht Regelungen. Die Regelung kann aber nicht sein, dass die Translobby eine Forderung brüllt und wir alle Ja sagen, sondern es gibt die berechtigten Interessen von der Hälfte der Weltbevölkerung. Das sind Frauen. Und wenn ich ein Problem, ich möchte mich als Frau nicht schlecht fühlen müssen, nur weil ich ein Problem damit habe, dass sich ein offensichtlich biologischer Mann neben mir in einer Sammelumkleide umzieht. Da stehen übrigens auch meine Töchter. Auch die müssten damit umgehen. Früher wäre das eine strafbare Handlung, nämlich Exhibitionismus, qua Definition gewesen. Ich sehe nicht ein, warum wir uns als Frauen jetzt plötzlich zurückziehen müssen, warum ich mich als Frau entschuldigen muss, warum ich als Frau schweigen muss, weil hier eine Handvoll Menschen beansprucht, Frau zu sein, sondern ich finde, wir müssen dann Lösungen, wirklich müssen lösungsorientiert schauen, wie wir auch diesen Transmenschen gerecht werden. Ich sehe allerdings große Probleme eben in manchen, sagen wir mal für Safe Spaces, als auch zum Beispiel für so etwas wie den Frauensport, wo es schlicht biologisch nicht fair ist, als wenn ein Männerkörper gegen einen Frauenkörper antritt. Nicht umsonst haben wir den Männer- und den Frauensport getrennt, weil es eben unterschiedliche biologische Voraussetzungen gibt und weil die Frauen körperlich unterlegen sind. Und dann ist es einfach, wir reden so viel über Fairness im Sport. Fairness im Sport bedeutet auch, dass Frauen nicht gezwungen sein müssen, gegen Männer anzutreten, um dann gegen diese Männer klassisch zu verlieren. Das ist die Abschaffung des Fairness im Sport. Und deswegen müssen wir hier quasi, wir müssen reden, wir brauchen Gesetze, aber wir müssen Gesetze finden, über die wir in Ruhe diskutieren können. Und dann gibt es auch Mehrheitsentscheidungen, die eben auch Minderheiten leider akzeptieren müssen. Wir verlieren alle in dieser Gesellschaft immer wieder Entscheidungen und Abstimmungen. Aber das, was im Moment passiert, ist, dass wir keinen Diskurs haben. Das ist eigentlich das größte Problem. Genau, also über Diskurs und auch Anfeindungen ihnen gegenüber, Stichwort sogenannte TERF. Darüber wollen wir gleich auch noch sprechen. Aber jetzt habe ich noch eine kleine Nachfrage. Sie haben vorher gesagt, dass Sie diesen Menschen auch den nötigen Respekt entgegenbringen wollen. Und hört dieser Respekt, würde jetzt ein Kritiker wahrscheinlich sagen, nicht irgendwo auf. Weil wenn Sie sagen, ich möchte nicht, dass diese Menschen mit mir in der Umkleide sind. Gehört das nicht auch zum Respekt dazu, dass diese Menschen mit Ihnen in einer Umkleide, oder Sie haben Ihre Töchter mit reingebracht, in einer Umkleide stehen dürfen? Und was wäre die Lösung? Und das Gleiche gilt ja auch für den Sport. Machen wir dann quasi extra Kategorien auf die, also sind die dann respektlos? Weil die ja eigentlich Frauen sein möchten, diese Menschen. Ja, das verstehe ich, dass die Frauen sein möchten. Aber wie gesagt, ich möchte, ich sehe nicht ein, also wie ich sage, ich empfinde das nicht als respektlos, wenn ich sage, mir ist das unangenehm. Mit Verlaub, es geht hier um sehr intime Dinge. Es geht um Nacktheit. Es geht um Schamgefühle. Wir haben alle ein Recht darauf. Unsere Kinder haben ein Recht darauf. Und niemand kann von mir verlangen, dass ich quasi meine Schamgefühle überwinden muss, zugunsten einer kleinen Minderheit. Lösung wäre, dass man sagt, okay, dann lasst uns viel mehr Einzelumkleidekabinen schaffen, wo jeder sich diskret auch umziehen kann. Beim Sport, ich glaube, dass es jetzt auch schon so gehandhabt wird, dass es im Breitensport, man das quasi nach Absprache macht, und zwar viel unaufgeregter, als es politisch diskutiert wird, es allerdings im Bereich des Spitzensports wiederum Regelungen braucht. Und da ist eben, wie soll ich sagen, angefangen von einer dritten Sportklasse. Also wenn man sagt, es gibt ein drittes Geschlecht, ja, verdammt nochmal, dann macht eine dritte Sport. Dann müsst ihr auch eine dritte Sportklasse machen. Also auch da diese Inkonsequenz. Einerseits irgendwie beschwört man die Vielfalt der Geschlechter und man gerät inzwischen ins gesellschaftliche Abseits, wenn man darauf beharrt, es gäbe nur zwei Geschlechter. Und alle sagen, nein, es gibt ganz viele. Im Sport allerdings möchten sie sich alle unbedingt dann im Frauensport einfinden und nicht in ihrer dritten Kategorie. Das ist inkonsequent. Dann von mir aus eine dritte Kategorie machen. Aber da eben, da wäre es respektlos, allen Spitzensportlerinnen und ihrem Leistung und ihrem Training gegenüber, da sind Frauen, die ihr Leben lang täglich trainiert haben für ihre Spitzenleistung, die keine Chance mehr haben, wenn ein Männerkörper gegen sie antritt. Mal davon abgesehen, in manchen Sportarten ist das übrigens auch gefährlich. Also wir haben, beim Kickboxen haben wir inzwischen schon ganz harte Verletzungen, genau wegen diesem Phänomen, weil sogenannte Transfrauen, da plötzlich, also Männer quasi beim Kickboxen gegen Frauen antreten. Das kann tödlich enden. Also das sind einfach Dinge, wo ich sage, das hat nichts mehr mit Respekt zu tun. Da muss man, da ist eben auch Respekt, auch Toleranz ist keine Einbahnstraße. Wo ist denn der Respekt der anderen, die sich hier quasi in meinen Intimbereich oder in meinen Leistungsbereich reindrängen und einfach sagen, ich bin jetzt, ich bleibe jetzt hier, ich gehe nicht mehr. Das ist auch respektlos. Wir waren ja eben schon beim Thema, oder Sie hatten es schon angerissen, wie Sie auch von Transaktivisten damit konfrontiert werden mit Ihrer Meinung. Und da fällt sicherlich auch das ein oder andere Mal der Begriff TERF, was ja so eine Art Kampfbegriff ist aus dieser Richtung, was für Trans-Exclusionary Radical Feminist steht. Was würden Sie dem entgegnen? Tankiert Sie das? Dass ich gar keine radikale Feministin bin. Also ich finde es ja ganz süß, dass Sie plötzlich anerkennen, dass ich eine Feministin sei, weil normalerweise wird mir immer entgegengebrüllt, ich sei eine Antifeministin. Aber es ist eben klassisch, dieses TERF ist ja ein Ausgrenzungsversuch. Er ist ja der Versuch, Frauen zu labeln, die eben nicht mitziehen mit der Gruppe, die ausscheren, selbst aus dem feministischen Kollektiv, weil sie in einem Punkt eine andere Meinung vertreten und dann will man mit diesen Frauen nicht mehr sprechen, sondern man will sie vernichten. Und das ist eben genau das, was ich eingangs schon sagte. Wir haben keinen Diskurs mehr. Diese Leute sind auch nicht an einem respektvollen Diskurs und an einer echten Interessensvertretung interessiert, sondern sie wollen Menschen wie mich zum Schweigen bringen. Sie wollen uns einschüchtern, sie wollen uns beschimpfen. Man versucht bei manchen Leuten die wirtschaftliche Existenzgrundlage ihnen wegzuziehen. Also das ist kein Spaß. Und das wird weltweit betrieben und zwar selbst mit linken Feministinnen, nur weil sie darauf beharren, dass sie sagen, sorry, aber wir haben nicht Jahrzehnte dafür, für die Rechte der Frau gekämpft, damit jetzt jeder daherkommen kann und behaupten kann, er sei eine Frau. Nein, ist es nicht. Und für mich ist das eben sehr bezeichnend, wenn selbst quasi lesbische Aktivistinnen sich inzwischen als TERFs beschimpfen lassen müssen, nur weil sie sagen, ich bin ja nicht Lesbe, weil ich auf Männerkörper stehe, sondern weil ich auf Frauenkörper stehe. Aber selbst Lesben sich inzwischen rechtfertigen müssen, warum sie denn bitteschön keine Transfrau daten, weil das sei ja doch eine Frau. Nee, ist es nicht. Ist es eben nicht. Und es ist eben kein Dialog. Es ist eigentlich unwürdig für eine Gesellschaft, die doch behauptet, sie möchte tolerant sein, sie möchte ein Miteinander haben, sie möchte inklusiv sein. All diese Worthülsen, die da herumgeworfen werden, nichts ist aggressiver, intoleranter und ausgrenzender als die LGBT-Bewegung und ganz besonders die Trans-Bewegung. Das ist die aggressivste Lobby-Bewegung, die wir im Moment haben. Und sie fordert das ein mit einer Vehemenz und öffnet damit quasi gerade Schleusen, die, ich habe einen Aspekt, ich würde mir gerade noch einen Aspekt ein, weil Sie vorhin die Kinder erwähnten. Der Zugriff der Trans-Lobby auf die Kinder, also dieses Promoten dieser Bewegung, dieses Dein-Geschlecht-Vielfalt der Geschlechter, führt im Moment zu einer ganz seltsamen und unappetitlichen Allianz, die sich leider personell und auch in Institutionen zeigt, dass hier alte, pädophile Strukturen sich in diese Trans-Strukturen vermischen und dass eben nicht nur Leute Interesse haben an der sexuellen Befreiung der Kinder, sondern an dem Sex mit Kindern. Wir haben inzwischen bei verschiedenen CSDs, auch in Deutschland, in Köln, ist es aufgefallen, dass dort zum Beispiel auch Leute mitgelaufen sind, die nicht nur die LGBTQ-Reihe haben wollen, sondern die auch das P dazu mit haben wollen für Pädophilie. Sie haben auch ihre eigene Fahne. Wer nach sexueller Vielfalt schreit, bekommt sie dann auch. Wir haben Trans-Verbände, die dafür kämpfen, dass das E aufgenommen wird, übrigens auch. Also ein weltweiter Dachverband hat sich jetzt seine Empfehlung rausgegeben, man soll auch das E mit aufnehmen als geschützte sexuelle Orientierung. Das E steht für Eunuchen, also für Kastrierte und zwar ohne Altersgrenze. Das sind mit Verlaub, das ist pervers, was da läuft. Und ich möchte gerne unsere Kinder davor schützen, vor den sexuellen Fantasien von Erwachsenen, damit sie tatsächlich irgendwann selbst entscheiden können, wie sie sein wollen und was sie sein wollen. Aber das, was wir hier erleben, ist, dass unter dem Deckmantel von sexueller Befreiung ein Zugriff auf Kinder stattfindet und eine Befreiung für Kinder, die eher zum Schaden von Kindern beweicht. Und das, und jeder, der widerspricht, wird beschimpft, wird mundtot gemacht. Allein diese Aggressivität sollte uns zu denken geben, denn wenn jemand Argumente hat, dann muss er nicht andere Leute vernichten, um Recht zu bekommen. Nun kennen Sie ja nicht nur die Perspektive aus journalistischer Sicht, sondern engagieren sich ja auch selbst, soweit ich weiß, sogar als Vorsitzende der Initiative Frau 2000 Plus. Und ja, beschäftigen sich dementsprechend ja auch mit Gegenstrukturen, um es mal so zu nennen, und müssten damit ja eigentlich bestimmt auch einen guten Blick dafür haben, wie die Opposition aussieht. Also vielleicht können Sie da mal ein paar Worte zu verlieren. Wie sieht, also ist dieser Feminismusbegriff oder jetzt auch, also generell in dem Thema, in dem wir gerade waren, so absolut und so breit und so groß, wie laut er ist? Ich würde sagen, der Feminismusbegriff ist völlig in die Krise geraten, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, eben weil man gar nicht mehr genau definieren kann, wofür man steht. Also wofür steht denn bitte ein, der sogenannte intersektionale Genderfeminismus, der sich selbst immer noch Feminismus nennt, der aber gleichzeitig nicht mehr in der Lage ist, eine Frau zu definieren. Also Sie können nicht mehr sagen, was eine Frau ist, sagen aber, wir kämpfen für Frauen. Unsere Familienministerin, Lisa Paus, gehört ebenfalls genau zu dieser Fraktion, die nur noch definiert, ja, eine Frau ist jemand, der sich als Frau definiert. Also ist sie zuständig für alle, die sich als Frauen definieren. Der Feminismus ist in meinen Augen überhaupt nicht mehr in der Lage, sich auf eine, tatsächlich auf sozusagen auf eine Generalvollmacht für Frauen festzulegen. Wir haben inzwischen eine Gesellschaft, die so viele verschiedene, auch Frauenperspektiven zulässt, Gott sei Dank kann man sagen, dass man gar nicht mehr sagen kann, das ist ein Fraueninteresse und das nicht. Also vor allen Dingen, wenn man die Kriterien für das Frausein erstmal gar nicht festmachen kann, aber selbst wenn man, also selbst wenn man auch tatsächlich nur die biologischen Frauen nimmt, selbst dieses Frauenkollektiv ist kein Kollektiv mehr, sondern hat sehr, sehr unterschiedliche Lebensvorstellungen, hat sehr unterschiedliche Moralvorstellungen und lässt sich auch nicht mehr genau fassen. Und genau hier sieht man eben auch die Schwierigkeit, jetzt eben, wir haben im Prinzip quasi so einen Zickenalarm zwischen Frauen, die alle jetzt beanspruchen, wir sprechen für die Frau. Das ist übrigens etwas, was ich explizit eben nicht machen möchte, was ich auch mit meiner Initiative und mit meinem Verein nie gemacht habe und wofür ich auch nicht stehen will, weil ich diese Erfahrung ja selber auch gemacht habe. Also mir ist von etablierten Altfeministinnen erklärt worden, ich hätte sowas wie ein Stockholm-Syndrom, weil ich ja gar nicht frei sei, in meiner Entscheidung für Kinder und als Hausfrau zu leben, sondern das System habe mich dazu gebracht und ich bin quasi Gefangene dieses Systems. Ja, das heißt, man hat mir also meinen Verstand abgesprochen und ich sei quasi nur ein Opfer des Systems, weil ich nicht in der Lage bin, frei zu entscheiden. Und ich möchte keiner anderen Frau vorschreiben, wie sie zu leben hat. Ich möchte auch gar nicht bewerten, ob dies oder jenes Frauenleben jetzt ein richtiges oder ein falsches gibt ist, sondern wenn der Feminismus wirklich eine Überlebenschance haben will, dann muss er sich selber ernst nehmen und die Ursprungsforderung war, dass Frauen endlich selbst entscheiden dürfen, wie sie leben wollen. Man hat das damals gedanklich im Widerspruch zum Mann festgemacht, weil es gute Gründe gab. Vor 100 Jahren, als wir eine andere gesetzliche Lage hatten, konnte man mit gutem Recht sagen, man kämpft für die Frau, weil es alle Frauen betraf, die gesetzliche Lage und weil Frauen abgeschnitten waren vom Arbeitsmarkt, vom Einkommen, in ihren Rechten und so weiter. Aber spätestens nachdem es die rechtliche Gleichstellung gab und diese Option dann tatsächlich sein Leben frei zu gestalten, haben wir festgestellt, dass es Frauen gibt, die so sind und andere sind anders. Und hier muss der Feminismus in meinen Augen toleranter werden und muss akzeptieren, sagen, dass es tatsächlich auch innerhalb der Frauen keine Einigkeit gibt und noch niemals geben wird, weil die einen wünschen das Leben als Karriere, als Beruf, ohne Kinder, die anderen wollen mit Kindern, die einen wollen heiraten, die anderen wollen nicht heiraten. Das ist mir ehrlich gesagt völlig egal, wie eine fremde Frau lebt. Ich beanspruche allerdings für mich Respekt für meine Lebensentscheidung und eine Politik, die eben tatsächlich diese Wahlfreiheit für Frauen ermöglicht, auch finanziell und nicht die einen Frauen massiv fördert, nämlich diejenigen, die berufstätig sind und ihre Kinder möglichst früh in eine Fremdbetreuung geben, während man mich behandelt hat mit meinen vier Kindern, als hätte ich mir ein teures Hobby zugelegt. Aber am Ende sind alle froh, wenn ich vier Steuerzahler ins System schicke. Das macht ja das Thema Individualismus auf und da möchte ich Ihnen auch gleich noch eine Frage zu stellen, aber vorher noch mal auf die Pädophilie zurückzukommen, die Sie eben kurz erwähnt haben. Also es ist unglaublich widerlich und ekelhaft, dass sowas dort auftaucht, aber mein Eindruck ist trotzdem, um eine kleine Ehrenrettung der LGBTQ-Bewegung an der Stelle vielleicht zu betreiben, dass viele der Aktivisten da auch sehr negativ drauf reagieren und dass sie sagen... Absolut. Das will ich auch überhaupt nicht behaupten. Ganz im Gegenteil, die waren alle sehr erschrocken. Gleichzeitig muss man eben sie dann auch in eine Haftung nehmen und sagen, hört zu, Leute, wenn ihr bedingungslos fordert, dass jeder sich selber definieren darf, dann bekommt ihr auch das, was ihr gar nicht wollt. Also die Geister, die ich rief, die kommen dann eben auch. Und mit welchem Argument will ich dann sagen, der eine darf sich so identifizieren und das ist okay und der andere darf es nicht. Das heißt, wenn ich dieses Fass aufmache, muss mir bewusst sein, dass ich damit auch das Böse aus dem Fass lasse und dann muss ich mir von Anfang an Gedanken machen, wie ich das eigentlich von mir fernhalte und wie ich auch diese Leute, auch diese Lobbygruppen von mir fernhalte, weil ich mit denen ja nicht gemeinsame Sachen machen will. Und da sehe ich ehrlich gesagt nicht viele Bemühungen. Ich will aber niemanden, da wäre ich absolut dabei. Ich möchte das niemandem unterstellen. Man hat sie ja nicht eingeladen. Aber sie sind dann halt da. Ja. Und es tauchen immer mehr Seltsame auf und in diesem Fahrwasser, dass alles möglich sein muss und alles eben erlaubt sein muss, kommen eben auch diese Forderungen wieder hoch, die wir eigentlich in den 80er Jahren schon einmal zurückgeschlagen haben. Also wir sehen ja, dass quasi dieser Versuch des Zugriffs auf die Kinder, auch diese gesamte Rhetorik von die Kinder haben ein Recht auf sexuelle Entfaltung und auf ihre eigene Sexualität und Kinder sind sexuelle Wesen. Tut mir leid, aber wenn man in die Materie reingeht und auch in die theoretischen Grundlagen, trifft man auf dieselben Leute wie Kendler, die schon in den 70er und 80er Jahren mit stark pädophilem Hintergrund genau dasselbe gefordert haben. Es gibt ja nicht viele Bereiche, in denen Alice Schwarzer und ich uns einig sind, aber selbst sie, das muss man ihr wirklich zugutehalten, dass sie und ihre Bewegung schon in den 80ern einmal zurückgeschlagen hat, diese Bewegung, die damals versuchte Pädophilie zu legalisieren, auch im Kreise der Grünen. Die Grünen wollen heute damit nicht mehr viel zu tun haben, die haben mehrere Landesbeschlüsse auf Parteitagen, wo sie das legalisieren wollten. Das heißt, in einem gesellschaftlichen Klima, in dem alles möglich sein muss, gedeihen solche Gedanken und werden die plötzlich für legitim gehalten. Und wir haben in unserem Land in den 80er Jahren schon einmal ein Klima gehabt, ein gesellschaftliches, eine sexuelle Befreiung, die sexuelle Revolution, die damals schon einmal dazu geführt hat, dass sich auch jene, die den Zugriff auf die Kinder haben wollen, ermächtigt fühlten, das politisch zu fordern und sie wurden nicht zurückgeschlagen, sondern man hat sie sogar erst mal gewähren lassen in einer normalen demokratischen Partei. So, und ich sage, wir haben jetzt die Rückkehr der Pädophilen und wir müssen aufpassen, dass all diese Dinge nicht im Fahrwasser der sogenannten sexuellen Vielfalt jetzt noch einmal neu kommen und den neuen Versuch starten, an die Kinder zu geraten und die Gefahr ist leider real. Also, ich weiß nicht, ob wir die Rückkehr der Pädophilie haben, aber ich kann Ihnen auf jeden Fall zustimmen, wenn Sie sagen oder das kritisieren, dass Kinder sexuelle Wesen sein sollen, weil ich habe da gerade gestern auch mit Benni eine Vorbereitung auf dieses Gespräch darüber gesprochen, dass ich mich zufälligerweise noch sehr gut an den Sexualkundeunterricht, den ich in der Grundschule erfahren habe, erinnern kann und ich kann mich erinnern, dass ich damals das, den Akt des Geschlechtsverkehrs überhaupt nicht durchdrungen habe, den überhaupt nicht verstanden habe, das ist erst im Jugendalter geschehen und wenn ich dann darüber nachdenke, dass diesen Kindern erklärt werden soll, ihr könnt euch fühlen, wie ihr wollt, es gibt Transmenschen, es gibt nicht nur zwei Geschlechter, dass das rein kognitiv überhaupt nicht aufgenommen werden kann, dass das gar nicht verarbeitet werden kann und dass das am Ende zu Verwirrungen führen kann und auch zu, ja, falschen Entwicklungen, die dann, wenn denen eingeredet wird, sie selbst könnten auch sexuelle Wesen sein, zu Sachen führen, die den Kindern am Ende schaden. Ja, und wir haben inzwischen nicht nur in den Grundschulen, also Sie haben das noch in der Grundschule gehabt, inzwischen sind wir ja so weit, dass das in den Kindergartenbereich geht. Wir haben ja die ersten Konzepte, die auch laufen und die auch staatlich gefördert sind, um das Ganze im Kindergarten bereits beginnen zu lassen. Wir haben eine seltsame Expertenempfehlung, selbst von der WHO, die empfiehlt, dass die Sexualaufklärung von Kindern mit dem Alter von vier Jahren beginnen sollte, weil Kinder ja sexuelle Wesen sein sollten. Also auch in der WHO finden Sie inzwischen genau diese Rhetorik und wir haben in deutschen Kindergärten eben bereits, wir haben Kindergärten, die diese Konzepte bereits versuchen umzusetzen. Wir haben, wir haben ganze Themenkoffern, wie gesagt, alles mit staatlicher Unterstützung und Finanzierung, um sexuelle Vielfalt im Kindergarten zu erklären. Ich denke auch, es ist eine völlige Überforderung. Kinder nehmen das als ein Erwachsenenthema war, das sie persönlich überhaupt nicht betrifft. Sie können allerdings eine Menge Schaden anrichten, weil was braucht es denn, damit ein Kind vernünftig groß wird? Oder wonach fragt denn ein Kind? Ein Kind möchte ja wissen, wer es ist. Ein Kind möchte sich selbst einordnen können in diese Gesellschaft. Es möchte wissen, wer bin ich? In meinen Augen war meine Aufgabe als Mutter, und ich glaube, das ist die Aufgabe für alle Eltern und die ganze Gesellschaft, meine Aufgabe ist, meine Kinder zu stabilen Persönlichkeiten großzuziehen und ihnen zu helfen, mit einem gesunden Selbstbewusstsein sich selbst klar zu finden. Was nutzt es einem vierjährigen Jungen, der sagt, ich bin ein Junge, wenn im Kindergarten in Zweifel gezogen wird, ob er ein Junge ist und ob er nicht vielleicht doch ein Mädchen ist und wenn man in Zweifel zieht, dass seine äußeren Geschlechtsmerkmale irgendwas mit seinem Geschlecht zu tun hätten, hilft das diesem Jungen oder verwirrt es ihn? Und ich würde sagen, es verwirrt ihn massiv, dass man ihn nicht bestätigt, in seinem Jungen sein, in seinem Mann sein, in seinem Bemühen, ein erwachsener Mann zu werden, was er normalerweise ohne Störung werden würde, wenn nicht irgendwelche Pädagogen dazwischen funken. Also helfe ich einem kleinen Jungen, ein vernünftiger und starker großer Mann zu werden oder erschütter ich ihn schon als Kind in der Frage, ob er überhaupt ein Mann ist und was für ein Mann wird er dann sein? Also sie brauchen gar kein Studium und keine Vorkenntnisse, um solche einfachen Zusammenhänge zu erkennen, dass es für Kinder nicht gut sein kann, wenn man sie ständig mit Zweifel überseht, anstatt dass man ihnen Bestätigung gibt in dem, wie sie sich entwickeln. Ich möchte das mal kurz mit dem tatsächlichen Alter dann unterlegen, wenn Sie sagen, wir sprechen von Sexualunterricht im Kindergarten. Das sind Kinder, die sind drei Jahre alt, drei bis sechs Jahre alt, was viel zu früh ist. Und auch der Sexualkundeunterricht, den ich in der Grundschule erlebt habe, den habe ich nicht in der ersten und zweiten, sondern ich glaube sogar erst in der vierten Klasse erlebt, vielleicht der dritten, aber ich glaube, es war die vierte. Bei den meisten Grundschulen ist es vierte Klasse dann, also sprich neun, sagen wir mal neunjährige Kinder, neun bis zehnjährige Kinder. Und der nächste Sexualkundeunterricht war dann in der achten Klasse. Und da muss man, wenn man hinterfragt, wieso gibt es diesen Unterricht überhaupt in der Grundschule, dann findet sich die Antwort, dass Kinder ja fragen oder sich fragen, woher kommen sie, warum gibt es sie? Und das ist eben die Antwort darauf. Und so gestaltet sich auch der Unterricht dann. Der Unterricht in der achten Klasse sah anders aus. Aber da sind die Kinder, in dem dann schon Jugendliche 14 Jahre alt, 15 Jahre alt und dann fangen sie langsam an, sich fürs andere Geschlecht zu interessieren und sexuell aktiv zu werden, eventuell auch. Und da hat das Ganze dann einen anderen Charakter. Man kennt die typischen Bilder mit das Kondom irgendwo überstreifen und so. Das hat ja einen präventiven Charakter auch gegen Geschlechtskrankheiten. Aber jetzt zu sagen, dass die Kinder nicht mit 14, 15 sexuelle Wesen sind, sondern in der vierten oder Gott behüte schon im Kindergarten, ist extrem gefährlich, ja. Und dann, wir sind da jetzt gerade ein bisschen abgekommen, Sie haben vorhin den Individualismus angesprochen. Und Sie kritisieren ja auch in Ihrem Buch den Kollektiv, das Kollektiv der Feministen, dass da auf einmal nicht mehr das jeweilige Individuum der Frau gesehen wird. Und das ist ja erstmal eine grundsätzlich oder im Kern liberale Argumentation, wenn man von Individuen spricht. An anderer Stelle kritisieren Sie aber neoliberale Tendenzen, nämlich dass Frauen keine Hausfrauen mehr sein sollen. Widerspricht sich das oder ist das beides, ist das eine illiberal und das andere liberal. Ich habe jetzt gerade den Widerspruch ehrlich gesagt nicht. Weil Sie von der, Sie haben kritisiert den neoliberalen Leistungsgedanken, den es gibt, der Hausfrauen kritisiert. Und auf der anderen Seite sagen Sie aber, dass die Feministen nicht liberal sind. Für mich ist das aber ehrlich gesagt kein liberaler Ansatz, dass es keine Hausfrauen mehr geben soll, weil das ist eigentlich zutiefst illiberal. Was ist denn daran liberal an einer Forderung, dass jemand sein Lebensmodell nicht leben darf? Das ist für mich hat das, ist dann ein Liberalismus völlig falsch abgebogen, weil ein Liberalismus kann eigentlich immer nur dafür stehen, dass tatsächlich der freie Bürger frei entscheidet, wie er sein Leben gestaltet. Und wenn eine Frau sagt, ich möchte Hausfrau sein, wer ist denn dann der Liberale, dass er ihr erklärt, dass sie das nicht sein soll, nicht sein darf? Das ist kein Liberalismus. Aber in der Tat, sie haben richtig angemerkt, ich habe das Kollektiv, ich habe die Rückkehr der Kollektive, habe ich kritisiert, weil wir sehen ja nicht nur im Feminismus, sondern im Erweiterten, in dem sogenannten intersektionalen Feminismus, also quasi Feminismus für Fortgeschrittene und für weitere diskriminierte Gruppen, dass man jetzt plötzlich wieder angeborene Merkmale haben muss, um für eine Förderung, eine Quote oder für Minderheitenrechte in Frage zu kommen. Das heißt, der Feminismus hat sich selber auch das Problem an den Hals geholt, dass man glaubt, man müsse nicht nur für Frauen sprechen, sondern für alle geschlechtlichen, sexuellen und sonstigen Minderheiten. Und deswegen ist man jetzt intersektional, was eben meint, dass man jetzt quasi auch natürlich antirassistisch, antikapitalistisch sein muss, dass man, ja, also die klassische quervegane Antifa-Feministin schützt jetzt quasi alle Minderheiten und wenn jetzt die eine Minderheit sich aber mit der anderen Minderheit nicht versteht, weiß sie nicht, wo sie hin soll. Ja, das erlebten wir zum Beispiel auf der Kölner Domplatte in der Silvesternacht 2015, wo die klassische Nachwuchsfeministin nicht wusste, auf welche Seite sie sich schlagen soll, weil normalerweise ist ein körperlicher Übergriff auf eine Frau, ganz klar ist sie auf der Seite der Frau. Dort waren das nun aber nun Migranten, die aber eben in ihrem eigenen Opfertopf mit drin sitzen, weil sie ja auch antirassistisch ist und weil das nicht sein darf, dass der Herr Migrant die Frau antatscht, wurde das Ganze totgeschwiegen und wird bis heute behauptet, da sei nichts Besonderes vorgefallen. Ja, das heißt, dadurch, dass man jetzt so viele Kollektive in einen Topf geworfen hat und die Kollektive sich untereinander nicht verstehen, hat man ein Problem. Hier taucht übrigens auch ein weiteres Paradoxon auf. Also alle diese Kollektive sind ja biologische Merkmale. Also man steht jetzt für die Menschen mit Migrationshintergrund, man steht für Behinderte, man steht für Schwarze, für Asian, für People of Color. Also aber es sind alles biologische Merkmale, das ist spannend, weil man muss quasi schwarz geboren sein, um zu beanspruchen, schwarz zu sein. Ich muss aber nicht als Frau geboren sein, um als Frau zu gelten. Das heißt, jeder darf jetzt quasi Frau sein, aber nicht jeder darf beanspruchen, irgendwie im Migrationshintergrund schwarz zu sein oder sonstige Dinge. Das ist auch hier wieder ein völliges Paradoxon der eigenen Szene, die sich nicht festlegen will an diesem Punkt, weil sie gar keine Lösung dafür hat, um hier rauszukommen. Entscheidend ist allerdings eben, dass nicht mehr der einzelne Mensch zählt und dass wir damit letztendlich eigentlich hinter die universalen Menschenrechte zurückfallen. Es war eine große Errungenschaft der Menschheitsgeschichte, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass es so etwas wie naturgegebene, universelle Menschenrechte gibt, die jeder hat, wenn er auf der jeder Mensch hat, einfach durch sein Menschsein, dass ich quasi nicht erst in der richtigen Kaste, in der richtigen Hautfarbe oder im richtigen Geschlecht, im richtigen Land und so weiter geboren sein muss, um eine Chance zu haben oder um respektiert zu sein, sondern dass ich Menschenrechte habe, weil ich Mensch bin. Das war eine große Errungenschaft. Und jetzt fallen wir wieder zurück durch diese Identitätspolitik in eine Gesellschaft, wo man wieder der richtigen Gruppe zugehören muss, um Rechte zu beanspruchen oder weil man in der falschen Gruppe ist, plötzlich Nachteile erfährt. Das ist ein Rückfall in der Geschichte. Es ist kein Fortschritt, was wir gerade gesellschaftlich tun, sondern es ist ein Rückfall. Also ich mache diese Beobachtung auch und das eben nicht nur, um das mal kurz zusammenzufassen in der LGBTQ-Bewegung, sondern wir haben es ja auch in der Klimabewegung beispielsweise, dass da in einem Kollektiv auf einmal mehrere verschiedene Themen aufgegriffen werden, was ja gegen das Individuum spricht. Und um da auch gar nicht mehr groß darauf einzugehen, aber wir sehen es bei der LGBTQ-Flagge, dass dieses Update da jetzt kam, dass neben dem Regenbogen wir jetzt auf einmal Indigene und auch farbige Menschen mit drauf haben, was in diesem Kontext, es können ja löbliche Ziele dahinterstecken, aber überhaupt keinen Sinn macht. Und auf einmal wird auf das Kollektiv eine weitere politische Forderung übertragen, die gegen das Individuum spricht und auch undemokratisch ist oder sein kann. Ja, die vor allen Dingen auch mit den anderen, mit den bisherigen Mitgliedern dieses Kollektivs ja nicht abgesprochen wird. Ganz genau, deswegen undemokratisch. Das ist ja das, was zum Beispiel auch eben massiv im Moment bis hin die lesbische Szene im Moment massiv spaltet, dass eben plötzlich die einen Feministin, also auch selbst solche Organisationen wie Terre des Femmes sich über solche, genau über dieses Thema in die Haare bekommen und spalten, weil es eben Frauen gibt, die sagen eben, ich stehe ja für Toleranz, ich kämpfe als Lesbe oder als Frau, kämpfe ich für die Rechte von Frauen und auch für sexuellen Minderheiten, aber ein, 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 und ich kämpfe, ich wäre sogar bereit für die Transfrau zu kämpfen, damit sie zu ihrem Recht kommt, aber ich bin nicht bereit, meine Rechte dafür aufzugeben, ich bin nicht bereit, quasi mich unterzuordnen hier. Und das spaltet, es spaltet ja selbst die eigene Szene und es macht im Übrigen auch, man kann eigentlich keine einzige Forderung mehr vernünftig erfüllen. Also wenn man jedem Recht geben muss, dann kann man niemandem mehr Recht geben. Also wenn, wenn die, wenn es eine, wenn, wenn eine derart vielfältige und auch widersprüchliche Forderungskatalog auf einer Fahne vereint ist, dann, dann kann man das gar nicht. Also wenn man jetzt klassisch nimmt, wenn man die Migranten nimmt und wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, Migranten mit islamischem Hintergrund, mit einem Frauenbild, das wir als überholt darstellen würden, mit auf diese Fahne packt, mit den Frauen, die teilweise in manchen Ländern mit ihrem Leben dafür bezahlen, dass sie endlich Freiheit haben wollen, genau in diesem islamischen Denken und ihr Kopftuch. Also wir haben die Frauen quasi auf der Fahne drauf, die ihr Kopftuch abnehmen wollen und wir haben diejenigen, die dafür kämpfen, es aufsetzen zu wollen, auf derselben Fahne. Das kann nicht gut gehen. Man kann diese Partikularinteressen gar nicht mehr vertreten, wenn man immer gezwungen ist, gleichzeitig auch andere Interessen mit zu vertreten, die man eben auch nicht zwingend teilt. Manche haben ja auch gar nichts miteinander zu tun. Wir sehen das ja auch eben. Die Klimabewegung ist gleichzeitig Queerbewegung, ist gleichzeitig antikapitalistische Bewegung, ist sogar inzwischen, wir sehen es bei Friday for Future mit ihren seltsamen Solidaritätsbegründungen mit Palästina, hat sich also auch, hat auch eine Position also zum Israel-Konflikt, ja, wo man sagt, was hat das mit Klima zu tun? Gar nichts mehr, sondern wir haben hier quasi eine Personalunion plötzlich von Leuten, die für ganz viele verschiedene Themen nur noch eine einzige legitime Position einfordert und alle anschreit, die auch nur einen Fußbreit ausscheren. Und da sieht man, dass es in meinen Augen auch mit einer jungen Generation zu tun hat, bei der wir es offensichtlich versäumt haben, ihnen beizubringen, was tatsächlich Demokratie bedeutet. Also in meinen Augen auch eine ziemlich verwöhnte und gepuderte junge Generation, die noch nie gefordert war, die aber ständig irgendwas fordert. Ja genau, diese Vermengung von Begriffen in dieser einen Klientel, um es mal so zu sagen, es bedeutet ja in gewisser Weise auch eine Verwässerung dieser Begriffe. Das heißt zum Beispiel, wenn man Rassismus mit allen möglichen anderen sicherlich noblen Zielen verbindet, ist plötzlich alles Rassismus oder plötzlich auch gar nichts Rassismus, wenn man dann ehrlich ist. Aber um das Thema zu beenden und vielleicht noch mal zum Schluss dieses große Bild des Feminismus noch mal anzugehen, vielleicht können wir noch mal auf Ihre Definition von positivem Feminismus eingehen. Natürlich haben wir, glaube ich, schon viele Argumente rausgehört. Wenn man, glaube ich, einen Durchschnittsbürger aus Deutschland fragen würde, was Feminismus ist, haben, glaube ich, die meisten, diese klassische Feministin als Flaggschiff Alice Schwarzer im Kopf. So haben sie aber, glaube ich, auch in dem Buch geschrieben, dass sie, ja, sie durchaus kritisieren oder kritisiert hat. Würden sie sich trotzdem in irgendeiner Weise mit einem klassischen Bild des Feminismus identifizieren? Ich sage immer gerne, ich kämpfe auch für Frauenrechte, aber ich würde mich nicht als Feministin bezeichnen, weil dieser Begriff einfach vorbelastet ist, weil dieser Begriff von anderen definiert wird und nicht von mir. Und ich möchte mich nicht in eine Kategorie dazuzählen lassen, die ich selber nicht definieren darf. Also wenn Feministin zu sein bedeutet, dass ich für all diese Dinge stehen muss, dann bin ich, kann ich keine Feministin sein. Gleichzeitig lasse ich mir die Frage, wofür ich stehe, auch nicht von anderen wegnehmen. Und deswegen habe ich eben immer gesagt, ich kämpfe für Frauenrechte und zwar für die Rechte von einer bestimmten Gruppe von Frauen, die so sind wie ich, die eben vor allen Dingen auch Mütter sind. Ich kämpfe vor allen Dingen für Mütterrechte, weil ich glaube, dass wir hier eben auch die Frauen mit Kindern und die kinderlosen Frauen auch unterschiedliche Interessen haben. Und ich mich auch hier nicht in ein Kollektiv hineinzwängen lasse von einem Feminismus, der sagt, so dürfte ich nicht argumentieren. Also das ist mir ganz konkret begegnet. So nach dem Motto, ich soll jetzt hier mal nicht spalten. Ich sehe das allerdings eben als Unterschied, weil eine Frau mit Kindern hat andere Forderungen an die Gesellschaft und an die Politik als eine Frau ohne Kinder. Ich finde, das ist nicht mal erklärungsbedürftig. Selbst, also ein alleinerziehender Vater ist mir politisch näher als eine kinderlose, berufstätige Frau, weil er in denselben Notlagen möglicherweise ist, weil er dieselben Probleme hat, weil er dieselben Sorgen hat, weil er Kinder zu versorgen hat, weil er die Rentenversorgung, all diese Dinge über den Faktor Kind, wie eine Gemeinsamkeit haben, die sich gar nicht über das Geschlecht trennen lässt, sondern eben eine Interessenslage ist. Und hier, deswegen denke ich eben, wir müssen endlich zulassen und dass es unterschiedliche Frauenpositionen gibt. Ich kämpfe auch für Frauenrechte, aber eben nicht für alle Frauen, muss ich auch gar nicht. Die können auch alle für sich selbst sprechen. So habe ich auch angefangen. Ich habe festgestellt, es spricht keiner für mich in dieser Gesellschaft. Und wenn ich möchte, dass ich vertreten werde, dann muss ich meinen Mund schon selber aufmachen. Und das habe ich dann einfach getan. Ja, ich glaube, das war ein sehr gutes und kompaktes Schlusswort, um diese Folge jetzt hier auch zu beenden. Erstmal natürlich vielen Dank, Birgit Kelle, dass wir die Möglichkeit hatten, mit Ihnen auch über dieses Thema zu reden und doch auch eine gute Stunde zusammen verbracht haben. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Schön. Ja, und genau, dann, wenn ihr oder wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr diese natürlich gerne bei Spotify oder eurem Podcast-Anbieter mit fünf Sternen bewerten. Würden wir uns natürlich sehr darüber freuen. Folgt uns natürlich auch gerne auf den sozialen Medien, based unterstrich Medien. Kann man natürlich nur empfehlen, um immer aktuell dabei zu sein. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche schon wieder. Denn wie gesagt, wir senden gerade wöchentlich und das wird jetzt auch die nächsten Wochen so bleiben. Und Dominik hat großen Spaß gemacht. Ja, Benni, mir hat es heute auch riesengroßen Spaß gemacht. Danke an dich und danke an Frau Kelle auch von mir für das Gespräch. Und du hast es schon ganz richtig gesagt. Wir hören uns nächste Woche direkt schon wieder, natürlich wieder am Sonntag. Und dieses Mal, wir verraten nicht, wer es ist, aber wir haben einen Radiomoderator aus dem öffentlich-rechtlichen Grundfunk da. Und da habe ich schon sehr Lust drauf. Ansonsten alles korrekt, was du gesagt hast, Benni. Bis nächste Woche. Ciao. 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 Ciao.